Hallo, mein Name ist Manfred Brasch, ich bin Landesgeschäftsführer des BUND in Hamburg und möchte mit euch auf die aktuellen umweltpolitischen Ereignisse schauen. Nun steht jetzt fest, der dreimonatige Versuch am Rathausquartier autofrei zu wohnen, zu leben und zu wirtschaften hat funktioniert. Selbst die Gewerbetreibenden sind mit diesem Experiment einverstanden. Das sollte dringend Schule machen in Hamburg und das Thema Verkehr und ruhender Verkehr ist ja wirklich eins, was die Leute bewegt. Deswegen macht der BUND am 14. November eine Abendveranstaltung, wird mit interessanten Leuten diskutieren, um zu schauen, was kann man eigentlich gegen diese enorme Platzinspruchnahme von ruhenden Autos, von ruhendem Verkehr eigentlich in der Stadt tun, um mehr Lebensqualität zu entwickeln. Schaut einfach auf unsere Homepage, dort könnt ihr euch anmelden. Ich glaube, das wird eine spannende Veranstaltung. Ein Blick in die Zukunft. 29. November soll es wieder losgehen. Weltweit wird zu einem weiteren Streik für das Klima aufgerufen und Hamburg wird dabei sein. Dabei sein wird natürlich auch der BUND und wir hoffen, dass ihr euch mit uns auf die Straße begebt, um ein starkes Signal wieder an die Politik zu richten. Mittlerweile gibt es auch einiges an Material. Ja, das könnt ihr bei der BUND-Geschäftsstelle in der langen Reihe auch direkt abholen. Wir brauchen eine große Mobilisierung für diesen 29. November. Und damit euch ein schönes Wochenende. Ciao. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR